hallo ich habe noch ein hallo ich habe nein das ist keine Dauerschleife ich soll mit dem Typen hier Adam Francis öffne erfolgreich ein Eingau für ein Tor ich habe das Befreiung der ist Level 1 diesen Perk habe ich und ja ich habe den noch nie gespielt habe auch keine Punkte will ich auch gar nicht und ich trete einer Lobby bei das wird schwierig jetzt mit dem ein Ausgangstor zu öffnen ist ja so schon schwer Ausgangstore da zu öffnen von daher sag ich mal bereit der Mann das ist ein hässlicher noch 2 das hat er kein weißen Mantel ab auffälliger geht doch gar nicht oder da ich glaube das spielt keine Rolle ich nehme Wetter wir sehen uns gleich wieder da die Pudding Pudding da sind wir Bluthüte hoch auf dem Schockplatz ist nicht so mein Ding habe ich gerade auch schon oder weiter mit dem weißen Mantel das heißt wenn ich jemanden vom Haken rette mit dem Perk und der mich auffängt habe ich eine hundertprozentige Chance selbst zu fliegen wahrscheinlich auch nur einmalig ne aber wahrscheinlich ganz gut aber ich werde mindestens einmal aufgehangen bevor ich jemand scheiße nein ich muss erst jemanden abhängen und dann muss ich jemanden aufhängen Kettensägenmassaker Mann sowieso hört man die Säge eigentlich immer so nah was ist der Kerl diese Ausgaben gewissen Haken ist hier irgendwo ein Generator da ist ein Survivor mit einem lieler Kasten Häng nochmal einen auf hier außer mich jetzt bitte wie man ihn abhängen kann komm das war da jetzt links von mir da der Hillybilly verfolgt schön jemand brav brava Hilly brava Hilly brava Hilly was ist hier in der Ecke in der Ecke in der Ecke eigentlich kaum ein Generator er hat ihn verpasst ich lass ihn mal hinterher er hat ihn da hängt er ihn auf oh ich hoffe nicht direkt warte 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 ich hab ne Idee ich hab ne Idee ich hab ne Idee wenn er hier vorne hin kommt zu dem Haken oh oh ich hoffe der hat nicht den Perk drin dass er mich sieht weil ich bin wie zu nah dran ich bin immer noch zu nah dran wenn er jetzt in die Richtung kommt hat er den Perk dass er mich sieht wenn er jemand aufhängt kommt er kommt er kommt er kommt er oh ne der macht face camping boah ist das ein assi ey komm ein bisschen für den Spieler wer prügelt denn die ganze Zeit wieso macht er da das ist doch scheiße vielleicht ist zwar schon einer guckste hä ja da haben wir fein schon mal einen Generator gemacht aber du kannst ruhig weiter face campen das kann doch nicht sein so ein Spastenregel so ein Spastenregel ja da verdient dann das Spiel schon ein bisschen macht keinen Spaß so hier sieht die hier sieht die krass ich hoffe die haut ab nein ich bin vorbei er locket sich auch aus nö er locket sich nicht aus er ist weg wie scheiße das such mich für Spasten ich hoffe der hat jetzt dieses wagen hier wie ein Ticken hat er ich kann sich nicht suchen er weiß genau wo ich bin okay ich werde nicht einfach so aufgeben ich werde nicht einfach so aufgeben kommt denn leider ab aber hätte ich ja mal da hätte ich ja mal da hätte ich ja gar gescheitert oder hätte ich einfach vom Wasser kommen sollen da hätte ich ja abhauen können da hätte ich noch oder weg trotzdem gestorben wenn ich zu hundertprozentige Chops habe wenn ich jetzt plötzlich anhängen weiß ich nicht er wäre mal interessiert ob das funktioniert hätte aber egal fick dich ins Knie F you you fuck you du bist ein Spastyspieler du bist ein Spastyspieler du bist ein Spastyspieler ist er spielt das ist voll zu tun naja naja ja zum Glück habe ich jetzt einen weißen Mantel an und werdet ihr nicht gesehen den Mülltunnel nice Mülltunnel da ist noch jemand in Weiß Feng Ming am Generator hinten ist doch Feng Ming oder? ja ich habe schon mal 1650 die ist wieder abgehauen da rum kommt der Killer da rum kommt der Killer da rum bei der den 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 Das ist ein Zeichen? Kann ich da pfeilen oder was? Nein? Hält man auch? Ohhhh! Das tut Toten! Tut Olin! Scheiße! Das dauert ewig! Die müssen nach Toten finden! Deswegen ist die hier abgauen! Dann bleiben wir von Dec Peter! Schau! Schau! Dann sagen wir mal die Platte zuieren. Ja, da! Ich komme wieder runter. Da kommt der! Und dann.... Da kommt kein Jack mehr an. Hier geht es aber auf jeden Fall eben nach oben, ne? Die Kiste wurde gekündert. Der ist jetzt zu dem Generator gelaufen. Da ist der Totem, oder? Ja, da ist der Totem. Boah, ey. Was ist das überhaupt? Der Killer. Totem ist am Arsch. Er bringt ihn auf. Ich will erst wissen, was er für ein Killer ist. Ich wollte ihn holen. Ich muss Snowboard fahren. Den kann man zum Spiel nie wirklich so die Map anschauen, oder? Muss eigentlich immer schnell gehen, die zu holen. Der ist in der Nähe. Ach, die! Wie ist das? Ach, das ist das Zeichen. Ach so. Diese Jigsaw. Oh, die sind ätzend. Ich habe noch gar keine Käfige gesehen, deswegen. Da sieht man ihn nur, wenn man verflucht ist. Oh! Du hast einen Käfig. Aber ich kann dir nicht helfen, ne? Ach, das sind die Käfigen. Kann mir leider nicht helfen. Oh! 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 Komm, schafft das! Mit den Schlüssel. Nooo! Fuck! Das war das falsche, verfluchte Totem! Gib noch eins! Ich schleiche ne kleine Schleinchen, ich schleiche ne kleine Schleinchen. Ich will aber nicht so ein Ding auf dem Kopf haben. Fuck! Ich muss gleich hierher kommen. Ich versuche die 150 immer, aber es funktioniert nicht. Die ist beschäftigt mit zwei anderen. Schon wieder verkackt. Einer hat das Ding auf dem Kopf. Andere verlässt. Hier rauszukommen wird richtig schwer. Ich glaube nicht, ob wir das schaffen werden. Aber ich muss dann auch ganz vor öffnen. Fuck ey. Einer ist geheilt. Noch einer ist... Oh cool. Jetzt kümmern wir noch einen kurzen Übel. Das muss ich aber ärgern. Ja, die hat da hinten einen. Vielleicht kriegt das auch so ein Ding auf dem Kopf oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Die blöden Kräne nehme ich an. Ach, das Kräle. Und jetzt ist das in die Schicksals. Ach, guck mal da. Hat er verloren. Ich bin mit dem beschäftigt, dann bin ich mit dem. Ich hole dich da runter. Die Zeit läuft bei ihr, ne? Ich lauf mir so ein bisschen rum in der Hoffnung, dass ich noch einen Tod empfinde. Muss doch eins sein oder bin ich jetzt nicht hier falsch? Achso, jetzt. Guck hier. Ich habe noch die falschen Bildseitchen. Verkackt mich. Oh Gott. Wie die Geräte. Wie die Geräte. Links geht ein Faden wieder an. Oh, thanks. Das Toten ist am Sack. Wir haben es geschafft. Wie die Geräte. Das ist jetzt da normal. Ich komme. Ich komme. Scheiße. Hallo? Hallo? Nein! Nein! Danke für dieses Ding! Danke für dieses Ding! Danke! Oh, cool! Oh, cool! Ich habe ihn gleich ab! Aber ich warte mit der Hecht bin! Misty! Boah, er läuft doch nicht wieder davor! Boah, er läuft doch nicht wieder davor! Boah, er läuft doch nicht wieder davor! Zeit läuft! Ich bin verletzt! Hau mal ab! Ey, hier ist meiner! Hau! Du ne Scheiße! Ach komm, die sind am Arsch der Welt, die Dinger! Kann nicht einer noch einen verdammten Kack-Generator fertig machen, damit wir abbauen können? Meine Zeit läuft! Ich habe nicht mehr allzu lange! Oh nein! Oh nein! Meistens geht das eh nicht beim ersten Mal, ne? Wuh! WTF! Ich habe es geschafft! Ja, ich soll dich natürlich heilen, ne? Was ist jetzt hier?! Ich kann ihn nicht heilen! Ich kann ihn nicht holen! Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht! Hm, jetzt muss ich den holen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe ihn gerade gesehen! Ich habe sie gerade gesehen! Ich habe sie gerade gesehen! Ja, ich habe sie gesehen! man kann also nur einmal abhauen das schaffen wir, hol mich! dann auf die andere Seite der Map zu Arschlecken mach Fanny! hier ist die Hecke ich werde wieder abgecampt hier ich werde wieder tot Schade! 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 Herr Schaffner, ist es einer von heute hol uns die Punkte vom runterholen, los ruf... mit dem Haken Nice! Ja, wir sind Freunde! Nein, die ist auf der anderen Seite. Ich muss hier hin. Ich muss hier hin. Ich muss den aufmachen. Ich muss den aufmachen. Ich muss den aufmachen. Den hier. Ich teck wieder raus. Ja, okay, die kommt. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie angeschlichen. Boah, ey. Du kleines Biest, ne? Du kleines Bitchstück, ey. So ein kleines Bitchstück, ey. Ich hab sie vergessen. Ich bin tot. Mann, ey, warum kommt ihr ausgerechnet wieder zu dem anderen? Ja, toll. Wir haben den da aufgemacht. Die war doch an dem anderen. Hinten. Hinten. Hat sie denn? Ich hör jetzt eine BAL-CD. Das muss man da mich beruhigen. Klingeln. Hinten. Hinten. Winten. Hinten. Hinten. ich bin immer noch dreizehn ich will nicht sagen ich bin nicht gestorben das ist der Killer ja es wurde die Jimmy macht die meisten Punkte ich bin der einzige der draufgegangen ist mit meinem Perk nach Punkt sei geht ja das war klang später gehört waldklang aber der packt nicht mehr mann kaufen schreit der geheimnisse die ganze woche ist der scheibe ich probiere noch mal auch keine ausstattung ich hätte mich ein bisschen vorher verstecken gucken wo die ist aber nein ich war zu gierig ich muss unbedingt das Tor öffnen ich glaube ich lerne da eh nix raus von daher bis gleich im spiel Hallo Leeroy wir sind in deinem Gedenkinstitut Behandlungsbereich guck mal wie die immer laufen wenn die rennen da 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 ich jogge ein bisschen durch den Wald ich hab's gar nicht so eilig weil die Zeitung liegt noch aus es gibt für jeden Zeitung tralalalalala lalalala wenn die verfolgt werde müsste ich doch so Aaaaaaaaaaaaaaaaan Panisch Mal rechts und links gucken Meh 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 Dach der Falle Es ist der Fallen stelle Trap mania Was macht die denn Wreo weoo Hää Durchgebacktt hier Vielleicht habe ich ja diesmal Glück, man darf ein Ausgangstor aufmachen, vielleicht, ja wo geht der hin, aber die blockieren sich gegenseitig. Ich gehe rein. Der Killer kommt! 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 Der Killer versteckt mich! Die du seitweg die Statute nicht. Nein, ich glaub weg! Oh mein Gott, der Killer kommt! Einer des Pfadstäbke laufen! Oh mein Gott, ich werde zu blocken! Und ich krieg den Schlag ab. Natürlich bekomm ich den Schlag ab. Und der Killer ist hinter mir her. Er ist ein sehr nervöser Killer. Und ich bin zu. Wie lustig. Er sieht ja geil aus. Er hat so ne geile Maske auf. Nice Skin Man. Ich bin nicht komisch. Warte, das heißt ja. Blinde, den Clip. Ich glaub, das geht nicht lange. Die sind zu doof. Oh, danke. Kannst du mir mal sagen, wo der Keller ist? Geh doch weg. Cool. Hey du, kannst du mich heilen? Ich bin der Penner. Ich höre mir da nicht mehr. Ich sehe wieder gar nichts. Ich sehe irgendwie in der Nähe. Aber wo ist er? Da ist er nicht, hier ist er nicht. Der Typ aus dem Keller ist befreit worden. Hallo. Ich lieb schon einmal, ne? Da tut er auch mal gerne Fallen rein, ne? Ist hier was drin? Ist hier was drin? So Platsch drinne. Ist die auch nicht? Ne, das ist einfach nur ne Falle, die man sammeln kann. Hier hat man in die Falle gerannt. Sie wurde befreit, weil sie es. Bin ich hier in Russland gelandet oder was? Komische... Wie heißen die da, Arthur? Ha, ich kenne die doch alle. Da unten die drei. Die komischen Typen. Oh, das Leben. Wat? Der ist tot? Iiiih, was soll eklig hier. Bringt die um, direkt. Mit Memento. Guck, da will ich was von vorne sehen. Ne, doch nicht. Da wurden zwei... Generatoren gemacht. Also der ist da. Ich bin hier. Also kann der ja eigentlich wirklich sterben, ne? Ich brauche nur die Luke finden, dann im Endeffekt. Aber wenn ich den abhänge, habe ich ja eine Chance. Eventuell... Wenn ich hänge, nochmal... Ooooooh. Ich gehe wieder nach oben. Ne, ich mach nichts. Die kämpfen da. Hängt der eine? Nicht jeder für einen Scheiß. Der eine ist verletzt. Ich bin die. Der hat mich gesehen? Und dann in die Falle reingedappt? Wisse, das hat man davon. Von der Selbstlosigkeit. Das ist... Man ist dem Tode geweiht. Aaaaahhhh! Kann ich mich abhauen können? Ach, ne... Ich hing ja schonmal, ne? Ne, da sieht doch wahrscheinlich nur der Perk, wenn ich mit... Wisse, die... Kann ich mich abbauen! Ah! Toll ist der Perk auch irgendwo nicht. Das geht also nur beim ersten Mal, wenn ich hänge. Und beim zweiten Mal nicht. So wird er dann aktiviert. Oder ging das jetzt? Ich muss nochmal drauf achten. Ach, egal. Bockmehr. Die Scheiße hier. So lange, wenn ich über Lebenslevel 20 bin. Ist mir egal, ich mach dieses Tor auf. Ja. Oh. Hab' er in der nächsten Folge dann. Bis später.